Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist mein Hund Monsieur und heute geht es um das Thema, wie funktioniert eigentlich eine Online-Hundeschule. Ganz häufig treffe ich Menschen, gerade im Privaten, die fragen mich dann, was machst du eigentlich und wenn ich dann erzähle, ich habe eine Online-Hundeschule, dann können die meisten sich da überhaupt nichts darunter vorstellen. So, hä, wie, wie geht man denn mit seinem Hund in eine Online-Hundeschule? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video, um zu erklären, wie eine Online-Hundeschule funktioniert. Ich kann natürlich nur von meiner Online-Hundeschule sprechen, aber generell, wenn Trainingsprogramme online angeboten werden, ist das Prinzip in der Regel relativ gleich, denke ich mal. Also in meiner Online-Hundeschule funktioniert das Ganze so, dass es verschiedene Trainingsprogramme gibt. Es gibt einen Ausbildungskurs, es gibt einen Bereich für Problemlösungen, es gibt einen Bereich, der heißt Tricks und Spaß, da findet man Beschäftigungsmöglichkeiten für drinnen und draußen und es gibt vier Intensivkurse. Die vier Intensivkurse greifen die Probleme auf, die die meisten Hundehalter mit ihren Hunden haben. Das heißt, es gibt einen Intensivkurs zum Abruf, es gibt einen Intensivkurs zu Leinenführigkeit, es gibt einen Intensivkurs gegen Leinenaggression und es gibt einen Intensivkurs zum Anti-Jagdtraining. Speziell in meiner Online-Hundeschule ist das so, dass die Leute mit dem Programm arbeiten und bei Fragen oder Schwierigkeiten jederzeit auf mich zukommen können. Die können sich dann bei mir melden per WhatsApp oder per E-Mail und dann helfe ich denen da gerne weiter. Also eine Online-Hundeschule funktioniert im Prinzip wie eine DVD, wenn da noch jemand im Hintergrund ist, wie jetzt bei mir, hat man auch einen persönlichen Ansprechpartner und eine Online-Hundeschule ist für alle geeignet, die sich einfach Dinge gerne selbst erarbeiten, die einfach zeitlich flexibel sein wollen, die sich einfach den Ort gerne selber aussuchen möchten, wo sie trainieren und für alle die ist eine Online-Hundeschule geeignet. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, wie eine Online-Hundeschule funktioniert. Falls das interessant für euch ist, schaut gerne mal auf meiner Website vorbei auf www.deine-hundeschule.com. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, euer André und Monsieur. Tschüss.